Hallo! Im folgenden Video wollen wir uns mit dem Thema Neutralisation und Salzbildung beschäftigen. Sicher hast du im Alltag schon oft mit Salzen zu tun gehabt. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Natriumchlorid, unser Kochsalz. Ich möchte dir nun zeigen, wie dieses Salz entsteht und welche wichtigen Reaktionen hierbei eine Rolle spielen. Zunächst also die Entstehung von Kochsalz. Dazu schauen wir uns hier noch einmal Säuren und Basen an. Denn beide sind an der Bildung von Salzen beteiligt. Hier siehst du die Salzsäure. Sie reagiert mit Wasser zu Oxonium-Ionen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann komm!